Hallo, hier ist eure Derea. Heute, wie angekündigt, werde ich wieder eine Engelkarte für euch ziehen. So, hier sind die Karten. Ich mische sie mal wieder erstmal. Es ist jedes Mal das gleiche Prozedere, aber so ist es nun mal. Ich mische sie, bin verbunden und denke an all die Engel und fordere einen Engel auf, dass er sich in diesen Karten für uns meldet. So, gemischt. Jetzt fächern wir aus. So, okay. Also, dann wollen wir mal schauen, welche es sein soll. Diese hier. Diese ist es. Diese können wieder weg. Die brauchen wir nicht. Also, wir nehmen wieder unser Buch. Entspannung, warte mal. Ein Moment. Ja, wir haben es. Also, ich habe heute eine sehr weise Karte für euch gezogen. Einen sehr weisen Engel. Es ist die Engelkarte der Weisheit. Da solltet ihr mir unbedingt mitteilen, wie es euch gefällt. Die Affirmation zu diesem Engelkarte ist, wie eine Welle öffne ich mich für die Engelenergie der Weisheit, die sich sanft, die sich sanft weise anfühlt. Sie durchleuchtet meinen Geist und beflügelt meine Seele, meine Gedanken. Meine Gedanken sind beschwingt. Tief in mir fühle ich die Weisheit. Die Weisheit ist das Herz und die Quelle der Schöpfung. Atme drei Mal tief ein und entspanne dich. Dabei lausche auf deine innere Stimme und höre, was der Engel zu dir spricht. Dabei wirst du fühlen, wie sich die Weisheit in dir ausbreitet. Hier ist die Botschaft vom Engel der Weisheit. In diesem Augenblick wirst du wissen, dass du die Weisheit annehmen und leben kannst. Verbinde dich mit dem Engel der Weisheit und seine Lichtquelle erfüllt dein Leben mit Weisheit. Der Engelrat ist, Weisheit schenkt dir Vertrauen in deinem Leben. Du bist von mir geschützt, dem Engel der Weisheit. Und ich zeige dir den Weg der Weisheit, den du im Vertrauen gehen kannst. Das gibt dir Sicherheit in deinem Leben. So habe Vertrauen zu diesem wundervollen, weisen Engel. Bis zur nächsten Ziehung der Engelkarte. Eure Derea